Egal, wie schimmelig etwas ist, wir sagen, man kann es immer scharf anbraten. Scharf anbraten können Sie alles. Mein Papa könnte Ihnen einen geschredderten Linoleum-Boden scharf anbraten als Seitan-Fleischersatz. Mein Papa, der steigt hinein ins Gefrierfach. Und da sage ich, machen Sie das zu Hause nach. Wir sind alle gefordert in diese Situation. Steigen Sie hinein ins Gefrierfach. Bei uns ragen da Gletscherzungen heraus. Wir haben schon lange nicht mehr abgetaut. Mein Papa steigt in einer Seilschaft mit meiner Mutter hinein ins Gefrierfach. Und dann ziehen Sie die letzte Linoleum-Würscht raus, die sich hinten im Lüfterrad verkeilt hat, und braten Sie es scharf an. Drehen Sie die Heizung so fest zu, dass man sie alleine nicht mehr aufkriegt. Sparen Sie sich quasi durch Resteverwertung, Frieren und unterturiges Autofahren zur Wärmepumpe hin.